ja wir werden von der zeit wir haben es gerade so geschafft hey leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge murder mystery 2 oder eher gesagt zur ersten folge weil ich habe noch kein video im murder mystery gebracht auf jeden fall leute wir werden heute probieren mörder zu werden oder sheriff mal schauen was wir auf jeden fall werden wenn ihr auf jeden fall bock habt auf mehr solcher teile dann lasst gerne ein abo da vergesst nicht ein like da zu lassen und die glocke aktivieren ganz wichtig dann bekommt ihr benachrichtigungen wenn live streams kommen oder mit videos kommen und ich hätte gesagt heute wir sehen uns gleich in der runde nach dem intro mal schauen wir sind unschuldig leute wir können doch als held aus der ganzen sache rausgehen und sehen wir nicht gleich die ersten die hier rausfliegen der sheriff ist auf jeden fall da vielleicht macht er irgendeinen fehler und trifft jemand anderen das der mörder habt ihr mörder gesehen ja gewonnen perfekt vielleicht werden wir in der zweiten runde irgendwie mal mörder oder sheriff wäre auf jeden fall cool oder wir gehen als held raus so wir wählen mal kurz ob die kommen noch rechtzeitig dahin ja perfekt hier wird wahrscheinlich die mehrheit genommen haben loading map mal schauen wo wir hinkommen und ich will jetzt hoffentlich mal mörder werden und ich bin mörder als ob ich bin einfach mörder geworden als ob ach du heilige bin einfach mörder geworden ich würde auf jeden fall schauen dass ich jemanden erst mal abhasse so habe ich ihn perfekt sheriff schon mal getötet schritt komplett belastende sache er weiß dass ich mörder bin komplett belastende sache aber irgendjemand hat glaube ich die waffen mitgenommen ich habe übrigens immer noch nicht gelernt wie man gescheit wirft haben wir kurz ob die waffe noch da liegt die waffe hat irgendjemand mitgenommen ich habe ihn einfach getroffen ach du heilige das erste mal in meinem ganzen leben aber wo sind die anderen die kämpfen irgendwo oder was sie hat die waffe jetzt mitgenommen muss auf jeden fall aufpassen als sie kommt da drüben ist noch jemand sorry jetzt muss ich nur noch sie kennen wahrscheinlich muss jetzt erst mal wieder finden da ist sie ich bin ich bin einfach in das loch eingefallen ah shit wer das ding zum teleportieren verwendet shit als ob ja wir werden von der zeit wir haben es gerade so geschafft als ob wir haben es gerade so geschafft mit der zeit oh meine güte ach du heilige scheiße leute ach du heilige gerade so als ob auf die letzte sekunde das war jetzt aber wirklich lag alter ich sag's euch ich glaube sie ja doch auf dem stream ich habe glaube ich das nachschauen vergessen abzustellen naja jetzt sind auch ein paar leute hier aus dem live streamen drin wohl auf jeden fall bin unschuldig ich kann aber noch als hate jetzt rausgehen leute ist sie auch auf dem stream und mit alle nachgejoint vielleicht sehen wir den mörder hier irgendwo dies glaube ich nicht nee wo geht es denn da hin hier nach unten ah hier liegt schon jemand jetzt habe ich aber erschreckt vielleicht finden wir irgendwo die waffe aber wir finden ja nicht mal mörder shit ja gut aber ich glaube er war doch sheriff oder nee weiß gerade gar nicht ich glaube doch das war er hier wer ist jetzt hier noch drin oh nein ich stehe bei mir ja sie sollte vielleicht bei die waffe holen ja gut da hat sie jetzt einfach gehen lassen sieg einfach um sieg ach so er hat sie noch getroffen als ob schade aber gut er hat auf jeden fall gewonnen wird auf jeden fall vielleicht noch sheriff werden das ist auf jeden fall heute auch noch das ziel leute wenn wir beides werden also mörder sind wir schon geworden aber wenn wir sheriff werden noch ja schon das beste leute wo schnell die mappen noch abstimmen wenn ich da noch hinkommen loading map ich bin schon wieder mörder als ob ich bin einfach schon wieder mörder das ist safe weil ich jetzt aufnehmen leute im stream habe ich immer komplettes pech im stream habe ich immer komplett pech und jetzt habe ich richtiges glück da unten sind auf jeden fall welche die waschere fach du heilige leute muss zielen ob sie getroffen sorry tut mir leid leute ich bin richtig gut im zielen was ist aber immer mit mir los muss noch irgendwo jemand sein er hat die waffe mitgenommen gut zu wissen nur kurz überlegen wir gehen glaube ich den weg wieder zurück aber ich werde jetzt nicht schon wieder gewinnen dass er komplett das lag ich muss habe ich nur noch den einen kill ja leute schon wieder gewonnen als ob es kann doch nicht sein ich habe echt so viel glück es ist der wahnsinn wir stimmen mal ab welche map wir nehmen die militärbase ist auf jeden fall das beste wenn ich jetzt schon wieder irgendwie sheriff oder mörder werde das wäre das wäre echt luck ich werde jetzt wieder mörder unschuldig ja gut ich kann aber noch als zelt rausgehen die hälfte ist hier irgendwie afk und schon ist die runde vorbei ich weiß noch nicht mal wer mörder war vielleicht ist ja auch raus gegangen das kann auch sein ja gut dann nehmen wir hier mal die mitte das hier ist das beste wenn ich jetzt sheriff wert leute das wäre echt krass und sheriff ich sag's auch noch die leute das ist doch das ist so viel luck das kann doch nicht sein es kann nicht sein ich habe heute das glück meines lebens irgendwie schiss dass der mörder hier gleich um die ecke kommt ich hoffe der mörder kommt hier nicht gleich um die ecke nein die auch als ob sie ist mörder wenigstens einer der hier von meinen fans den sieg holt oder vielleicht holt jemand anders noch die waffe man weiß es nicht ich würde vielleicht an ihrer stelle auch die waffe wegtun das mache ich nämlich immer also das wäre am sinnigsten und dann erst rausholen wenn man halt wirklich vor demjenigen steht und alleine halt ist ich weiß nicht wo dieser andere typ ist noch wo ist denn der letzte die waffe liegt halt einfach so da er kämpft sie sucht jetzt überall immer gespannt wo der letzte ist jetzt haben einfach unschuldige gewonnen komplett belastend ich als sheriff hat versagt sie als mörder hat versagt und unschuldige haben gewonnen man kennt welche mitnehmen wir wenn ihm die hier mal leute und unschuldig also mal schauen wo der mörder ist aha sheriff gut zu wissen sie sheriff der andere erst mal er geht ein auf camper er ist einfach rausgegangen oder der typ ist einfach rausgegangen als ob er will ich einmal als held vielleicht rausgehen könnte nein dann quittet er einfach perfekt gut oder dann machen wir eine runde ich bin einfach jetzt schon wieder mörder geworden ich habe echt so viel glück das kann man sich gar nicht ausdenken da hinten kommt die nicht mehr raus muss auf hausaufgaben machen okay ja ich habe hausaufgaben gemacht habe ich hier gleich mal bei er war einfach ist die hälfte hier auf k als ob besuchen wird die mal da unten ich gehe nicht ganz nach unten ich gehe nur die nächste etage ey was machen wir hier ich glaube er ist der letzte oder nee da muss noch jemand leben wo ist dieser typ oder sie eher gesagt ich weiß nicht irgendjemand fehlt auf jeden fall noch ich weiß nicht wo derjenige steht ob bin ich los ich komme da nicht hoch ja die war die letzte sie war hier einfach afk rumgestanden einfach schon wieder gewonnen leute wir haben heute also dreimal als mörder gewonnen man glaubt kaum dreimal das muss aufnahme glück sein wenn euch auf jeden fall das ganze gefallen hat könnt ihr auf jeden fall gerne ein like da lassen wenn ihr mehr sehen wollt auch gerne einfach ein abo da lassen glocke aktivieren da bekommt ihr benachrichtigungen in der nächste live stream kommt und wenn ich ein neues video ausbringen und dann hätte ich gesagt leute das war's hat rein ciao action wolf bis zum nächsten live stream oder zum nächsten video ciao bis zum nächsten video bis zum nächsten video bis zum nächsten video